hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir so heute ziehen wir mal den lieben teiler um im moment hatte diesen langen body an von h&m diese selbst genähte süße kurze lange hose keine socken genau und dann wünsche ich euch viel spaß vom video okay ich hoffe ihr könnt uns gut sehen dass meine hose aus hier habe ich alles neben mir ihr seht es nicht aber links neben mir liegt alles so ich wollte ihm auch nicht mehr welche wendel anziehen mal wieder so ja wir fahren bald im urlaub endlich und ich kann sich vielleicht nehme ich euch auch ein bisschen mit dass ich mir noch ein bisschen ich denke schon genau ich ziehe jetzt wieder am body in ich habe in einem größe 650 ein bisschen zu groß aber passt schon genau wie gesagt wir gehen im urlaub bald vielleicht nehme ich euch mit mal sehen und jetzt ziehen wir ein klein wenig noch mitnehmen das weiß ich leider immer noch nicht ich wollte eigentlich nur ein mitnehmen ich dürfte allerdings ich könnte auch mehr mitnehmen aber ich weiß nicht dann bekommt er diese hose an und bekommt er das komplette sepp von an bei uns ist gerade nicht so warm deshalb jetzt hat er die ganze nacht geregnet das heißt es hat etwas abgekühlt das ist immer noch wunderbar das ist jetzt im zweiten das ist jetzt zeigen das ist mehr oder weniger so ein hoodie mit klöpfen vorne das ist die safari franzes ist von c&a 50 baby club ja ich weiß gar nicht wo habe ich denn das naja ah das habe ich mal auf dem basal gekauft glaube ich da habe ich erst gedacht das ist für den lias aber nennen wir lias passt da nicht rein also gequetschen kann ich ihn rein aber das sieht nicht schön aus soll ja bequem aussehen so da wird der kleine gerichtet ich frage mich immer ob das nicht gefährlich ist für kleine kinder so ein hoodie ich weiß nicht aber nicht bewegen die sich so wenig dass da nichts passieren kann so fertig simme fertig simme ich finde ihn so süß was sollte ich ihn mitnehmen aber er ist so klein wenn wir ihn noch anschneiden geben also Sorry, dass ich so lange brauche. Ich weiß nicht, welche ich nicht nehmen soll. Dann werde ich den süßen, kleinen nehmen. Sieht ein bisschen aus wie ein Clown, ne? Oder diesen hier, weil er ist eher für Mädchen, würde ich sagen. Der würde aber zu seinem Gesicht hin etwas mehr passen. Oder einen blauen, oder er ist nicht so groß. Der finde ich auch ganz putzig. Oder den hier. Aber die sind viel zu groß für seine. Den habe ich mir lieber eher noch passt. Die ersten hätte jetzt, hätte ich gesagt, dass der hier. Deswegen lassen wir es noch gehen. Was ich bei ihm auch so toll finde. Bei ihm hält der Bomben fest. Der geht nicht weg. Wenn ihr das geht ja immer und ist nie weg. Habe ich hier noch was drin? So. Machen wir noch ein bisschen Gymnaststück. Okay. Der Bauchmassage, genau. Oh, jetzt ist es mir ein bisschen blöd, ne? Und ich mag auch den Schuli nicht so gern. Wir lassen den Schuli draußen. Ja, dann hoffe ich, euch hat das kurze Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.